Der erste Fälle aus Turm, die Winnerin mit A, Marcel Escoler de Courant. Der erste Fälle aus Turm, die Winnerin mit A, Marcel Escoler den K, Littmann-Legins-Germyn. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber jetzt, 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 jetzt! Das ist halt ein guter Tor. Vier Minuten. Ja, noch mal. Sehr gute Zweifel aus dieser Platz-Ling-Situation. Nachwuchs von der Linksegel. Links wieder ein Steckdorf. Es wird links. Und da heißt der Mann zwischen der Reichstag, der Schweiz. Mit nước! Mit! 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 Meter! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1. Der letzte Ausgleich, der letzte Musik des Ausgleichs. Mit einer 2-Jetre-Tanz. Spielt heute noch eine 3-Jetre-Wertung. Jetzt machen wir noch 2 Punkte. Nach der 2-Jetre-Tunnen. Auf geht's! Ja, ein großer Kampf auf die Kota. Nummer 5 zu 3 Sieger. Alexander Ruschon aus der Ukraine.